Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klembaustein-Lyrik und damit auch herzlich Willkommen zum großen Kampf mit dem Hexenkönig Witch-Big-King-Battle, so heißt das Ganze. Und das befindet sich jetzt hier in dieser kleinen Packung. Das ist das günstigste und kleinste Set von den neuen Hobbit-Sets, die jetzt Ende 2014 erschienen sind. Sind auch nur gerade mal 101 Teil da drin, kostet aber trotzdem knapp 15 Euro. Und wenn wir jetzt gleich sehen, wie ich versuche die Packung zu öffnen, ich habe irgendwie das Gefühl, die Pappe war früher auch stabiler oder ich habe an Kraft zugenommen. Das werde ich nochmal in den nächsten Folgen versuchen zu eruieren, ob sich da was verändert hat. Egal, wir kaufen ja nicht wegen der Packung. Naja, der Sammler vielleicht dann doch, aber auch wegen dem, was drin ist. Und das schauen wir uns nämlich gleich an. Sind zwei kleine Tütchen und eine Anleitung. Und da ist sicherlich eins der Highlights des Ganzen, dass eben insbesondere auch noch eine Figur ein bisschen leuchtet. Das sehen wir dann gleich auch nochmal genauer. Da haben wir erstmal unsere drei Minifiguren. Das ist nämlich Galadriel links, daneben dann Elrond. Den kennen wir noch von seinem Rat. Und rechts der Hexenkönig. Und dahinter, das soll noch die Festung Dol Guldur und ein verwunschener Baum sein. Naja, die habe ich mir irgendwie größer vorgestellt. Macht aber nichts, gucken wir uns doch erstmal Galadriel an. Und die sieht tatsächlich, finde ich, im Gesicht so ein bisschen so aus, wie man sie auch aus dem Film schon kennt. Aus dem Herr der Ringe, da war es ja auch schon so. Sie hat einen schönen Glitzer-Umhang. Das passt notfalls auch noch für eine 70er-Jahre-Party. Und natürlich die Haare schön geknüpft. Und das hat doch was. Also ihr spitzes Ohr erkennt man auch gleich. Sie ist bekannterweise ja ein Elb, beziehungsweise die Herrin von Lothlorien. Und das, was sie da in der Hand hat, das ist übrigens nicht gerade ihr letzter Douglas-Einkauf, sondern das ist ihre Leuchtkraft, nämlich das Licht Erendils. Und wir erkennen hier schon, sie hat auch wieder die zwei Gesichter. Und dieses Gesicht, auch das kennt man ja noch aus dem Film der Herr der Ringe, da guckt sie ja irgendwann mal richtig, richtig erschreckend. Passend zu Halloween gucken wir doch lieber wieder ins nette Gesicht, genau. Gut, das ist dann ihr Kumpel, hätte ich beinahe gesagt, Elrond, der ja auch schon beim Herr der Ringe vorkam. Und der hat erstmal natürlich hier so was schön Goldenes in der Hand. Das ist so eine Art goldene Schwert. Und auch bei ihm der Umhang ein bisschen gewoben, aber nicht glitzernd. Das hätte vielleicht auch nicht gepasst. Dafür die Haare auch schön. Und er kann streng gucken und auch ein wenig nett. Das ist doch auch schön. Und da wir ja heute einen netten Podcast machen. Machen wir einfach mal die nette Seite nach vorne. Auch schön oben in den Haaren noch dieses goldgeflochtene. Ja, sieht nett aus. Und auch eher natürlich die spitzen Ohren. Da haben wir jetzt den Hexenkönig. Das ist eigentlich der wahre Held dieses Sets, obwohl er natürlich ein Böser ist und seine Hexenkönig Krone auf hat und er nur ein Gesicht hat. Das, sagen wir mal so, ein wenig geschürzte Lippen präsentiert. Ansonsten, ja, auch der Umhang hat schon bessere Tage erlebt. Da sind schon ein paar Löcherchen drin. Dafür hat er mal noch ein Schwert. Und wie gesagt, er leuchtet. Und das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Wir halten das Ganze ins Licht, machen Licht aus. Und da schau hin. Also, wenn das einem nicht irgendwie Furcht einflößt, ich weiß auch nicht, das sieht richtig nett aus. Also, da muss man es dann allerdings, muss man sagen, auch vollständig ins Licht halten. Erstmal den Kopf, damit er dann auch so grell leuchtet. Aber es funktioniert und gibt dem Set sicherlich noch so einen gewissen Pfiff. Das jetzt hier, wie gesagt, da schreibt zwar jetzt Lego selber, das wäre eben die Festung von Guld, Guldur und noch ein verwunschener Baum. Nein, also das ist irgendwie ein bisschen was davon. Ein kleiner, kleiner Ausschnitt. Immerhin gibt es da unten ein kleines Fensterchen, da wo unser Kleppermann da seine Hand vergessen hat. Und dann daneben rankt es ein wenig. Ein bisschen gibt es hier noch an kleineren Funktionen. Die werden wir uns gleich ansehen. Hier sehen wir schon hinten, das rechts ist so ein Katapult und links davon, das ist eine Drehscheibe. Laut der Beschreibung holt sich damit der Hexenkönig Kraft, weil er da ein bisschen rotiert. Ja, siehste, können wir ihn auch draufstellen und lassen wir ihn mal rotieren. Da rotiert er. Mensch, ist der kraftvoll. Sehen wir schon von hier. Ja, gut. Irgendwann ist auch mal Schluss mit rotieren. Nicht, dass er uns gleich noch hier auf die Anrichte. Also, nein, dann gucken wir doch lieber hinten mal. Das ist auch ganz witzig gestaltet hier mit diesem Kleppermann. Der Kopf ist rechts von ihm. Den könnte man auch wieder draufsetzen. Dann hat man nachher wieder ein vollständiges Skelett. Aber wir können ihn auch erstmal dafür verwenden, um unser Katapult abzuschießen. Da kommen hinten ein bis zwei Feuerkugeln rein, so heißt es. Sind einfach nur orange durchsichtige Lego-Kleine Steinchen. Und wenn wir vorne draufdrücken, schnellt es hinten hoch. Ja, siehste, passt. Dann haben wir noch eine Anleitung. Hier, da sehen wir schon mal, wie die Szenarien so gestaltet sein sollten. Und da sehen wir auch, na gut, da rotiert er hinten nicht. Da fliegt er. Vielleicht müssen wir ihn dann auch mal aufs Katapult stellen, den Hektenkönig. Bauzeit. Ja, zehn Minuten. Also, das ist jetzt nichts Aufwendiges. Vielleicht auch eine Viertelstunde, weil man die Teile irgendwie zusammensuchen muss, weil mir zum Beispiel ein Kopf runtergefallen war. Aber das sind Einzelschicksale. Um die soll es hier nicht gehen. Aber das erwartet man sicherlich nicht bei diesem Set, dass man da stundenlang Bauspaß dran hat. Das würden wir vielleicht noch eher bei diesem hier haben. Der einsame Berg kostet aber auch knapp 130 Euro. Dafür der Drache dabei. Hatte ich ja letztes Mal auch schon erwähnt. Kommen wir noch fix zum Fazit. Schönes Set. Preis, sag ich jetzt mal nix zu. Muss jeder ja selber wissen. Und aber drei nette Minifiguren. Insbesondere der Hexenkönig mit dem Leuchten. Das hat es mir angetan. Gut, die Drehscheibe. Okay. Aber auch, dass da zum Beispiel eben die Skelett da mitfindend, das Katapult eingebaut wurde. Es sind ein paar nette Ideen da drin. Also durchaus etwas, was man gerne, glaube ich, als Hobbit-Fan sich im Schrank stellen kann. Und ja, das war es dann auch für heute mit der Klembau-Stein-Lyrik. Ich rotiere noch ein bisschen. Mal sehen, wie viel Kraft ich dann noch sammle. Für die nächste Folge der Klembau-Stein-Lyrik auf klembau-stein-lyrik.de und abrufbar auf hausensteine.de. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.